Die gute Stube von Lauf an der Pegnitz ist der Marktplatz mit dem mittelalterlichen Rathaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir verlassen den Altstadtbereich durch das Nürnberger Tor und biegen rechts ab in die Saarstraße. Durch die Falkner Straße kehren wir zurück zum Marktplatz. Wir haben den Stadtbereich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das macht Eber auch. 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 Das macht Eber auch.